Oh, ist total eingewachsen, das Vieh. Hu! Irgendwas hat nicht gerade so richtig gehittet. Ich hab gerade 40 Legen verloren auf einen Schlag. Hast du den Baum umgehauen? Nein. Nein. Irgendwas hat mich hier gerade getrunken. Oder hast du mir mit dem Speer abgeworfen? Wie soll ich denn das gemacht haben von hier unten? Das weiß ich nicht. Ich hab auf alle Fälle 40 Legen verloren irgendwie. Wir sollen die Bäume abhacken. Ja. Ach so, vielleicht ist da ein Baum auch nicht drauf. Aber der geht doch gar nicht so gut.